großküch blaufuß ist jetzt eröffnet eric kümmert sich um das catering genauso gut wie seine konstruktion das ist alles mal 1a geplant bei ihm ja mann ey da muss ich mir halt kloss organisieren irgendwo von irgendeinem herrn sind doch normalerweise zwei in wem in den hütten ja aber die sind doch schon leer geplündert oder nicht aus dem weg ich gehe mal zu den eingeborenen hütten jetzt ja ich werde angegriffen scheiße ab ins wasser den paniken auf der insel da der dock ist da 9 ihr kann die beiden 9 9 9 mal kurz reingestellt und mir große seit nichts für schwache nerven hier hier werden menschen gegessen und es ist wieder tag und der eric springt mal aus dem fenster wenn das klappt das klappt nicht das macht er doch dauerhaft auch seil was das der hobbit hütti da wäre ich natürlich wieder von so einem idi verfolgt hier von dem indianer jones von dem indy jones genau was bug nichts neues nein ich bin so gut wie tot ich muss jetzt ins baumhaus ok also wir haben genug knochen also wenn ich mir knochen hinzufüge dann wird auch nicht besser ja das hat problem hatte ich ja auch deshalb sage ich ja es fehlt noch irgendwas entweder dieses ein stein nee steine fehlen auch nicht habe ich auch probiert es ist wahrscheinlich das robe schätze ich mal ich nehme sehr stark an das robe fehlt ich habe bestimmt gleich welches da hinten in der hütte muss was sein ich hoffe es auch und da steht natürlich keiner um ich brauche kloss von man warum verwechsel ich denn immer dieses verdammte kloss mit dem mit den seilen geil den habe ich per headshot ausgeschaltet geil das ist so geil kommen sie wieder ich glaube ich habe die einzige eingeborene hütte gefunden wo kein kloss aus das Ah scheiße, da hat schon wieder einer. So ein Gollum, ey. Verstecktaktik. Fast schon. Nein, scheiße, der hat mich gesehen. Scheiße, der greift mich an. Viel Spaß. Es gibt hier kein Rob. Hier ist ja noch ein Panic Room. Hier haben drei Stück. Und meiner ist nicht fertig. So viel Panic. Und so wenig Room. Oh mein Gott, warte mal. Ich kann nicht speichern, ne? Hoffentlich gibt es bald wieder einen Stream von Diodog. Ja, das stimmt. Hoffentlich. Okay, ich kann ja gerade irgendwie nicht raus. Weil sonst, äh, ich nicht mehr lange leben. Ich gebe dir 5 Dollar, wenn du mich in Ruhe lässt. Warte mal, da hinten waren doch Koffer gewesen. Ich gebe ja nämlich mit auf deine Adventure-Tour. Ja, Adventure-Tour, das ist lustig. Das ist eher eine Ressourcentour hier, aber ohne Ressourcen. Ach ja, Erik, hier, das Plumpsklo Gottes, ne? Das Plumpsklo Gottes. Ja, hier. Ist es wieder da. Ich weiß genau, dass wir hinten Koffer rumlagen. Wo ist denn der Stühre schon wieder? Auf Auf und Davon. Da bin ich halt alleine auf Adventure-Tour. Aber erstmal, jetzt... Spielbär ist gerade auf dem Weg zurück in die Zukunft. Ja. Aber erstmal muss ich noch was essen, bevor ich auf Adventure-Tour gehe. Hashtag Adventure-Tour. Ein Flair, immerhin. Ne, ist nicht das auf dem Grill, sondern nur vom Dwying-Rack, weil ich muss gerade Knochen produzieren. Ich muss Knochen produzieren. Ja, ne, die Schädel kann man nicht essen, oder? Okay, ich hab jetzt immerhin gleich so viel Kloss, dass ich, äh, ein Rope draus drehen kann. Ja, ich brauch nur noch ein paar und dann... Ich hab auch. Okay, ich bin nicht mehr hungrig. Gut, ich komm wieder auf eine Tour gehen. Also, jetzt gucken wir mal. Erstmal was essen. So. Wie lange man sich mit so einem Gesperr beschäftigen kann. Ich habe ein Rope. So. Moment, jetzt machen wir mal hier Knochen. Nein, das Rope hilft da auch nicht drin. Ja, 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 ja. Erzähl du mal. Doch, ich probier's gerade, aber das Rope hilft nicht. Stimmt, das hilft auch nicht. Scheiße! Okay, was hilft denn da? Wie hat der Weng das denn gemacht? Ist der Weng überhaupt noch da? Du hast gerade abgehackt. Also, Treceps ist es auch nicht. Hallo? 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 Upgraded. Ja, äh. Auf Google findest du auch nicht. Der Weng hat's doch irgendwie rausgekriegt, der schlaue Fuchs. Wie hat er's denn gemacht, frage ich mich. Ein Speer, zwei Cloves und drei Bones. Und mehr nicht. Mehr nicht. Ah, okay. Drei Bones und zwei Cloves, ja? Also, ich... Ist nicht witzig. Doch. Nee, also sorry. Also, bei mir klappt das nicht. Mit dem... Mit dem... Mit drei Knochen und zwei Cloves. Da fehlt noch irgendwas. Oder muss man da... Warte mal. Warte, eins schwer. Hm. Das kann ich eigentlich aus dem Kleingeld machen. Eine Bomb. Eine Bob-Omp. Nee, warte mal. Du weißt, dass du keinen normalen Stock, sondern einen richtigen Speer brauchst, ne? Ja, wie mach ich den denn? Den Speer findest du im Fluss. Ach so. Den muss ich suchen, oder was? Ja. Ja, das weiß ich doch nicht. Bin ich hier Forest-Expert, oder was? Schön, dass das auch mal einer sagt. Ach man, davon reden wir doch die ganze Zeit. Wir reden doch die ganze Zeit davon, dass wir nicht wissen, wie man den Speer macht. Oder ob man den finden muss. Wenn du oben bei uns an der Bude, an der großen Hütte, von der Tür aus nach links gehst, kommst du an den Fluss. An der Flussrundung ist direkt ein Speer drinne. Der guckt so ein bisschen aus dem Wasser. Also es gibt nur einen Speer auf der Map, willst du mir damit sagen? Nein, eigentlich in jedem Fluss. Aber das ist halt der nächste, von dem ich die Position kenne. Okay, scheiße. Okay, ich bin natürlich jetzt auf der ganz anderen Seite, weil ich hier die Ressourcen gesucht habe. Bin auch gerade auf dem Weg zum Flugzeug. Dann sieht es wohl so aus, als ob das die große Chance für Chris ist, einen Speer zu bekommen. Ich weiß nicht mehr, wüsste wo der ist. Am Fluss, links von dem großen Haus. Ja, äh, vor der Tür oder hinter der Tür, links? Tja. Mein, mein links oder dein links? Mal diese linken Dinger hier. Moment, hier guckt eine Pflanze aus. Ich hatte mich schon gefreut. Da oben ist eine eingeborene Hütte, da gehe ich jetzt mal gucken. Das ist noch nie ein Speer für dich. Ja, genau. Ich frage die mal höflich, ob sie mir einen leihen können. Ich gebe den auch bestimmt wieder. Kriegen den bestimmt wieder. Ein Seil, drei Knochen und der Speer. Okay, hier haben wir schon mal Klos. Kein Seil. Das steht aber im, im, im Dings. Ist aber falsch. Aha, das ist schön. Zumindest war das das Crafting-Rezept in der 0.2. Ja, welche Wesen haben wir jetzt? 0.2. 0.0. Okay, ich finde den Speer irgendwie nicht. Haha. Aber warte mal. Hast du schon? Warte mal, hier ist doch ein Fluss. Ich bin doch hier an einem Fluss, oder nicht? Wie war das? An fast jedem Fluss gibt es einen Speer. Und wie erkenne ich den? Also guckt der raus? Guckt der nicht raus? Ja, wie, wie, wie erkenne ich den denn? Ich zeig's dir gleich. Und es sind nicht so übelst breite Flüsse. Ja, ich weiß. Das ist hier ein schöner, schmaler, ein schönes, schmales Rinnensaal. Ist das hier. Hallo, Spielbeer. Ich seh dich. Echt, du siehst mich? Ich seh deinen Namen da hinten. Ja, ich hab dich gerade kurz gesehen. Echt? Ja. So deine Beine irgendwie. So ich hier mal so weiß. Beine. Deine sexy Beine. Oh, meine behaarten Beine. Okay, keine Details. Oh mein Gott. Okay, hier kommt Wasser von oben runter. Das scheint ein Fluss zu sein. Ich geh jetzt mal einfach den Flusslauf lang. Und dann guck ich mal, ob da irgendwo ein Sperr im Boden steckt. Das muss doch irgendwo an der Stelle sein, wo man das gut sehen kann. Sonst wär das doch irgendwie doof, oder? Ja. Und nicht irgendwo unter Wasser oder so, ne? Aber, ich werde mich jetzt, glaub ich, gleich mal verabschieden. So, so, du willst einfach abbrechen jetzt hier an der Stelle. Ja. Wo ich jetzt grad mitten in der Pampa bin, könntest du vielleicht wenigstens noch so lange warten, bis ich wieder meinen Weg ins Lager zurückgefunden habe. Nein. So was. Denn du weißt, ich muss noch speichern und so. Und du möchtest vielleicht auch noch mal speichern. Nee, ich hab nix wichtiges im Inventar. Ach so. Warte, ich hab das Katana. Doch, ich muss noch mal speichern. Kleiner Schätze, nein, ich hab kein Katana. Wir können ja irgendwann... Ja, ich weiß, wir können ja mal irgendwann, wenn wir vielleicht mal alle mit nem Speer ausgerüstet sind, nochmal in dieser Höhle von den Arschmonstern darunter gehen, die große. Die riesige Grotte. Also, ich hätt Lust drauf. Ach du Scheiße. Ja, das Mond ist auch ne Speer. Ja, ich seh dich da unten. Warte mal, ich muss versuchen hier ganz vorsichtig runterzukommen, ohne zu sterben. Hier ist ne gute Stelle. Racing, racing. Ich glaube, es fern gleich ans Rücken in dem Spiel. Ja, dies. Ja. Sieht ganz so aus. Ach, da sind sie ja wieder. Ja, ohne Speer. Ich fahr Hunger. Da ist sie. Haha. Selbst schuld. Du hast die Anzeige. Zum Glück hab ich noch Snacks. Echt mal, du hast die Anzeige. Don't think. Haha. Don't think mal die Anzeige. Haha. Mein Gott, alles leergerodet hier. Wer war denn hier schon, wenn du unterwegs bist, dass es zu leer ist hier. Soll ich dir vorher noch, bevor du speicherst, zeigen, wo der Speer ist? Nö. Das machen wir nächstes Mal. Das machen wir nächstes Mal. Nächstes Mal. Regenbogen. 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 Da. Regenbogen. Regenbogen. Speichern. Speichern. Regenbogen. Regenbogen. Wunderschöne. So. Gute Nacht, Virus. Gute Nacht. Gute Nacht. Und ich sag auch mal an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Regenbogen. Regenbogen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Stream. Hier liegen noch Knochen. Bis zum nächsten Stream. Beziehungsweise bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.